Hallo du wundervoller Mensch! Ich freue mich, dass ich dich heute wieder in einen ruhigen und sanften Schlaf begleiten darf. Ich kenne selbst von früher, wie es ist, sich stundenlang im Bett herumzuwälzen und die Gedanken nicht beruhigen zu können. Die Meditation hat mir geholfen, dass ich schneller einschlafe, mir sehr viel weniger, bis keine Sorgen mache und erholter aufwache. Und deshalb bin ich hier, weil ich mir sehr wünsche, dass es dir auch so geht. Ich wünsche dir eine gute Nacht und dafür setze oder lege dich ganz bequem hin, sodass du für dich merkst, dass du vollkommen entspannen kannst. Schließe deine Augen und schau noch mal, ob irgendwas in deinem Körper drückt oder eng ist. Vielleicht sitzt du auch mit einem Gürtel und magst ihn lösen oder die Schulter noch mal ein wenig mehr loslassen. Dann erlaube dir, einmal auf deinen Atem zu horchen und du spürst, wie sich dein Bauch hebt und senkt dafür. Du horchst hinein. Dein Atem fließt ein und aus. Ein und aus. Dein Bauch geht dabei auf und ab. Atme mit jeder Ausatmung alles, was dich schwer macht und alles, was du bereit bist loszulassen, aus. Atme die Ruhe und deine innere Kraft wieder ein. Ausatmen, was dich schwer macht. Ruhe und Kraft einatmen. Und es reicht schon, diese Gedankenenergie zu denken. Deine Gedanken mit deinem Atem zu kombinieren. Dadurch wirst du ruhiger und ruhiger. Mit deiner nächsten Einatmung stellst du dir vor, wie du aus deinem Scheitel hinausgehst bis ganz hoch in den Himmel. Und mit deinem Ausatmen ganz tief in die Erde bis zu deinem Erdenstern dein Atem hinschickst. Du atmest hoch beim Einatmen bis nach oben über deinen Scheitel in den Himmel hinein. Und aus durch deinen Körper bis tief in die Erde hinein. Ein du gehst ganz hoch hinaus und aus bis tief in die Erde hinein. Aus der Erde atmest du Kraft, Licht und Wärme. Ein und aus. Ganz in Ruhe. Und du atmest ganz ruhig. Einatmen in den Himmel hinein. Und aus durch deinen Körper bis nach unten in die Erde. Deine bewusst ausgeführten Atemzüge tragen dazu bei, dass sich dein Körper jetzt leichter und tiefer entspannen kann. Atme nochmal und denke dabei an die bedingungslose Liebe. Die bedingungslose Liebe, die jetzt zu dir fließt. Sie fließt aus dem Universum direkt zu dir. Aus dem göttlichen Feld. Immer wenn du dich beruhigst, wenn du zur Ruhe kommst und in deiner Mitte bist. Wenn du dich öffnest und dich von deinen Sorgen und deine Schwere löst. Nach innen gehst und dich für die bedingungslose Liebe öffnest. Und du erlaubst, dass sie zu dir fließt. Dann fließt sie zu dir und spür das. Sie durchströmt dich. Mit deiner nächsten Einatmung gehst du höher, höher und höher am Himmel vorbei. Wo du fühlst, wenn du noch höher gehst, dort ist das Licht. Und du gehst immer höher und höher. Bis ganz nach oben, nach oben und weiter nach oben. Bis du irgendwann spürst, du bist angedockt und eine Verbindung entstanden ist. Wo du Liebe, Energie und Licht zu dir fließt. Wenn du das nicht spürst, dann gehst du einfach noch höher. Immer höher nach oben und oben. Bis du merkst, jetzt bist du da. Und die Liebe und die Energie und das Licht, es fließt zu dir, wie von dort oben ein Lichtkanal hinunter, der in deinen Kopf hinein scheint und direkt in dein Herz fließt. Spüre, wie ruhig du dabei wirst. Du bist jetzt verbunden mit der Schöpfer-Ebene. Und ich werde für dich die Intentionen sprechen. Du setzt einfach gleich deinen Namen ein und bleibst mit deiner Aufmerksamkeit oben und hörst, was ich dir sage und fühlst es und bist mit mir verbunden. Schöpfer von allem, was ist. Ich bitte um einen ruhigen Schlaf für und dann setze jetzt hier deinen Namen ein. Und um Unterstützung, dass die Hindernisse, um einzuschlafen, zum höchsten und besten Wohle in das Licht und in die Liebe geschickt werden. Und spüre, wie jetzt alles, was dich heute bedrückt und schwer macht, von dir genommen wird und in das Licht und in die Liebe fließt. Sieh, dass für heute alles gut sein darf. Danke. 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 Und spüre, wie jetzt alles, was dich heute bedrückt und schwer macht, von dir fließt. Jetzt darf alles gut sein. Du lässt es mit jedem Atemzug immer mehr los. Du bist verbunden und es wird von dir genommen, diese Schwere auf dir. Und ich spreche noch eine Intention für dich. Schöpfer von allem, was ist. Ich weise an, dass folgende Gefühle jetzt in meinem System gedownloadet werden. Das Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten und in meine eigene Wahrnehmung. Und dass ich das Gefühl kenne, wie es ist, in mir selbst zu Hause zu sein. Dass ich weiß, wie sich tiefstes Urvertrauen für mich anfühlt und auch die Geborgenheit. Und dass ich das Gefühl kenne, wie es sich anfühlt, in mir selbst sicher zu sein. Wie es sich anfühlt, einen ruhigen und guten Schlaf zu haben. Wie es sich anfühlt, durchzuschlafen. Und wie es sich anfühlt, morgens erholt und frisch aufzuwachen. Und dass ich meinem Leben immer mehr vertrauen und mich hingeben kann. Und dass ich weiß, alles hatte einen höheren Sinn. Und dass ich weiß, wer ich wirklich bin. Das Licht und die Liebe und wie wundervoll und leuchtend ich bin. Und dass ich immer geliebt und geschützt werde. Und ich bitte um sofortige Harmonisierung und Integration der Veränderung. Danke, es ist vollbracht. Und dann sieh, vor deinem inneren Auge, wie jetzt ein goldener Lichtstrahl über dich sich ergießt. Und all diese Gefühle und das Wissen in dich hineinfließt, in deinen Körper. Und sich in deinem System tief verwurzelt. Dieser Lichtstrahl breitet sich über dir aus und umhüllt dich, umarmt dich, umströmt dich. Spüre. Und spüre diese Ruhe dabei. Spüre, wie ruhig du bist und wie dein Atem fließt. Und dann siehst du jetzt vor deinem inneren Auge einen Wasserfall. Und du springst in diesen Wasserfall hinein und lässt dich wieder tiefer und tiefer und tiefer hinab sinken und sinken. Bis du wieder in deinen Körper hinein sinkst. Und wie ruhig du geworden bist. Und du wirst gleich wundervoll einschlafen und dein Körper wird sich in der Nacht erholen und regenerieren. Und du spürst die Freude und die Bereitschaft deines Körpers noch tiefer zu entspannen. Um dich herum nimmst du jetzt kaum mehr etwas wahr. Nichts vermag dich jetzt mehr zu stören. Gleich wirst du wunderbar einschlafen. Nimm die Nacht vertrauensvoll an, so wie sie ist. Sie ist eine Möglichkeit, dass du dich erholen kannst, neue Energie tankst und all deine Batterien auflädst. Und du wirst langsam immer müder. Gib dich dem Bedürfnis nach Ruhe und Schlafen hin. Lass dich ruhig müde werden. Dein Körper entspannt sich mehr und mehr. Deine Schultern, deine Arme werden schwer. Und du spürst die Entspannung in deinem Rücken, in deinem Bauch, in deinem Gesäß. Du spürst die Entspannung in deinen Beinen. Du spürst diese Schwere, die dich umgibt. Und sag dir innerlich, mein Körper entspannt sich mehr und mehr. Alles in mir entspannt sich. Mehr und mehr. Immer tiefer. Mein Kopf entspannt sich. Meine Schultern, mein Hals, meine Arme und meine Hände entspannen sich immer mehr. Meinen Rücken. Meinen Bauch. Mein Gesäß, meine Hüfte. Und ich spüre meine entspannten Beine und Füße. Mein Körper entspannt sich mehr und mehr. Und ich spüre, wie sich mit jedem Atemzug mein Körper immer mehr entspannt. Sich leicht bewegt. Auf und ab. Und ich spüre dabei, wie ruhig ich bin. Mein Körper sich ganz ruhig auf- und abbewegt. alle gedanken die ich jetzt noch habe übergebe ich dem universum mit dem vertrauen dass ich jetzt in sicherheit bin ich bin vollkommen sicher und alles wird gut werden ich vertraue ich merke dass ich immer müde und müde werde und ich jetzt bereit bin für einen guten und erholsamen schlaf ich sinke tiefer immer tiefer und ich schlafe die ganze nacht tief und ruhig ich gebe mich meiner müdigkeit völlig hin gute nacht gut 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 gut